So Ach nö, nicht mehr wieder Klopfenzer, das ist fies Wieso macht die Attacke so viel Effektivität, ey? Oh 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 Ich bin der Sonne dafür, ich habe Glück, er hat uns. oder dann DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM Ach, Scheiße, verdammt. Silberblick, ey, weißt du, wie... Klopp die Attacke ist? Die braucht kein Schwein! Ey, wie kam die jemals früher auf diese Attacke, ey? Auf welche? Silberblick! Oh, da hat kein Schwein, das Ding. Ja, ich wollte mal in Level 2, wir sind für Quartiere scharfen. Gott... Lass mich raten, Voltoball. Ne. Als nächstes... Bound, weg, weg. Lass mich raten, Voltoball. War ja klar. Lass mich raten... Lackt-Morall. E-Lackt-Morall. E-Lackt-Morall. Mh, 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 mh. Ah, das ist ausgezuckt. Oooh, aber... E-Lackt... Boah, hier isted ein Clouac. Loll! E-Lackt... 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 Verarschen? Mh mh. Aber wir sind ja da. Lol. Dit Problem hat ich auch mal gehabt. Tja. Das ist ja nicht mal ein gutes Training für meine Retter. Mh. Lol. Mit einer Attacke 5 mal angegriffen und gleichzeitig fast tot. Das wie. Mh. 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 Oh. So. Drei. Vier. Und. Na toll. Fünfters wohl den Mann gegriffen. Fies. Echt fies. So. Nein, meine Attacke ging daneben. So. Mist, verdammter. So, weg war's. So, weg war's. So, weg war's. Hmm. So. So. Also, der einzige Dachte, der ich sehe hier, man sieht nicht ob man das Pokémon schon hat oder nicht. Wäre auf jeden Fall gut. Oh, so in etwa weiß ich ja schon. Sich aber nicht. Ich in etwa auch. Aber... Es ist eine Erleichterung, wenn man dann irgendwann mal unsicher wird. Da brauchst du das halt. Echt? Man kann Pokémon verkaufen? Cool. Dann haben du mit Schwierigkeiten noch. Na, willst du denn ein Viech haben? Hm. So. Du kannst sogar Geld dafür kriegen. Du kannst auch Geld haben. WTF? Das ist halt wie auf Sklavenhandel. Also, ich tausche einmal Mike gegen Geld. Jochen... Das ist angeneinander. Ja. Ja. So, nein, jetzt habe ich die Faschattacke angenommen, verdammt, ja, wenn andere Leute ihn ablenken, das ist immer fies. Byte müsste doch Biss sein, eigentlich, ja. Lügt irgendwie nahe. Mist, Fisch. So, ich sehe halt noch einen Tackle gegen Kupp. Fertig. Ne, Quatsch. Ähm, Wickler? Wickl? Natürlich, jetzt fängt es an zu reden, oder was? Nein, nicht schon wieder Silberblick. Genau, jetzt ist es wegen dem Scheiß gestorben. What? Zonesplash. So, ich sehe hier, dass wir anschließt. ätz Ja, wir hören. Äh. voll sinnlos na dieses haupt sport kräft nicht mal an irgendwie warum auch immer so jetzt geht es komischerweise schneller rotut 1 2 und 3 schade da gibt es noch ein bisschen dazu ja 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 Oh, der Leber, Lidia, geradezu. Kein Mann. Oh. Was war's? Warm. Nochmal. Genau, nochmal. Genau, noch nochmal. Geht's halt ein bisschen ab, Mensch. Na komm, Repp an. Ja, und, aber sieht doch schon gut aus. So. Ich will die Fikurte gar nicht erst mehr angreifen, ey. Du, 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 du. Loll. Bam. Bam. Nochmal. Und nochmal. So. Und nochmal. Vielen Dank. Oh mein Gott, Mensch bin ich gut. Irgendwie würde ich mich freuen, wenn es mal hier stärkere Viecher gibt. Oh mein Gott. So, dann wandern wir wieder mal weiter durchs Gras und kriegen schon wieder einen Pokokampf. Okay. 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 schmutzig Oh Oh Schatten ist weg Hmm Und Noooool Wir haben es nicht durchsetzen können Ein Ninja-Tron Mh mh Konnte haben mit allen Treffen Aber vielleicht auch ein EXP-Zahl haben So Ich 1,9 6,4,3,8 Ab 26,5,6,2,8 Ich krieg Komischerweise keine Trainer die ich angreifen Könnte Ich 3,4 3,4 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 4,5 7,9 8,9 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.